Spirale TV Acoustics Hi, mein Name ist C-Soul und ich freue mich total bei Spirale TV Acoustics dabei zu sein. Ich habe euch einen Song mitgebracht, der heißt Untitled, weil er noch ganz Tag neu und untitled ist. Ich werde bald ein Album aufnehmen und da wird er vermutlich auch draus sein. Und da geht es so. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020